hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier bei mir auf dem kanal es ist jetzt versuch nummer 8 dieses video zu machen warum ganz einfach ich habe eine kräftige brontitis und muss sehr viel husten alle die live bei mir zuschauen die haben das in den letzten tagen ja mitbekommen aber nur zum grund dieses videos ich habe mal ein video gemacht wo ich gezeigt habe wenn kein platz mehr auf laufwerks c existiert dass man den datei speicherort ändern kann dass die windows funktion die eigentlich dafür vorgesehen weil ihre arbeit nicht erfolgreich getan hat man das aber trotzdem gut machen kann indem man in den einstellungen etwas umstellt wie das geht wie sagte es hier in dem alten video ich kann euch das video gerne ja noch mal verlinken würdet ihr jetzt oben rechts eine information sehen und warum ich heute ein folgevideo dazu mache das erfahrt ihr gleich nach dem intro so nachdem das intro durch ist zeige ich euch einmal den grund dafür warum ich das hier mache also diese idee muss ich gleich sagen entstammt einer zuschauer frage die zuschauer frage blende ich hier einmal ein und zwar hatte servan alkanen geschrieben wenn ich auf die eigenschaften meiner owner gehe steht bei mir nichts mit fahrt sie konnten ihren fahrt anpassen bei den eigenschaften ich jedoch nicht ich benutze aber windows 11 vielleicht liegt es daran das ist richtig mein altes video basiert noch auf windows 10 ich habe bei mir bei windows 11 die sachen aber trotzdem abgetrennt also von daher geht es wobei mein windows 10 geupdatet wurde zu windows 11 die frage ist und geht es auch bei einem frischen windows 11 theoretisch ja und wie das funktioniert das zeige ich jetzt anhand meines beispiels des owners downloads ich klicke mit der recht maustaste unten auf das gelbe ordner symbol dann gehe ich auf meine downloads richtig ohne offen ihr seht momentan nichts zu meinen downloads ja ich habe die extra fürs video noch mal leer geräumt damit hier nichts drinne liegt und jetzt klicken mit der rechten maustaste hier auf download ist aber ganz wichtig wir gehen jetzt hier nicht auf die eigenschaften sondern wir gehen auf weitere optionen anzeigen und dort unten sehen wir noch mal die eigenschaften klicken einmal auf die eigenschaften und wir sehen ja da ist unser gesuchter ordner nämlich der mit dem fahrt und ich habe bei mir meine downloads zu liegen auf dem laufwerk hier seht dann mein eigenes laufwerk dafür wo ich den download gespeichert habe und dann klicke ich auf verschieben das heißt also das ist genauso wie es an meinem windows 10 video schon gezeigt wurde das können wir nach wie vor noch durchführen macht es sinn daten woanders hin zu verschieben macht es sind daten woanders hinzulegen ich bin der meinung ja ich bin weiterhin ein freund davon ich weiß heutzutage hat man ja nvme ssds habe ich ja auch oder normale ssds drehende festplatten sind mehr oder weniger auf dem rückzug für mich als video creator sind festplatten nach wie vor das maß aller dinge weil die video files sind sehr groß das kann ich mit ssds nicht abdecken von daher gibt es bei mir natürlich immer noch laufwerke die physisch normale drehende festplatten sind die möglichkeit würde natürlich auch bestehen in der datenträger verwaltung die wir mit windows taste x und dann auf verwaltung aufmachen können habe ich euch auch schon mal gezeigt da kann ich auch hier auch noch mal das video zeigen wo ich das mal gezeigt habe wenn ich das video noch finde verlinke ich es oben rechts man sieht hat in der datenträger verwaltung alle seine datenträger und auch die laufwerke wo sie herkommen und könnte jetzt eine vorhandene festplatte nehmen wir mal ich mache es mal groß hier ist im übrigen damals eine fehler bei der zuordnung passiert da hat wir das hier ein bisschen daneben ja und wir sehen hier mein datenträger c den könnte ich denn theoretisch jetzt verkleinern ich habe eine arbeit platte und könnte sie denn dementsprechend verkleinern und sie für die eigenen dateien hernehmen aber darum soll es in diesem video jetzt nicht gehen es geht einfach um die frage ist es sinnvoll oder nicht sinnvoll ich bin der meinung ja es ist nach wie vor sinnvoll sollte mal windows neu aufgesetzt werden müssen aus welchen gründen auch immer kann treiberfehler sein kann ein schadsoftware sein was auch immer die ursache dafür ist dann würden mir meine eigenen dateien nicht verloren gehen solange ich die partition nicht verliere dann kann ich windows neu aufsetzen lasst die original partition natürlich dann so wie sie ist und nehme dann die erste partition wieder für das betriebssystem die zweite partition für meine persönlichen daten ansonsten ist natürlich viel sinnvoller sie auf einen zweiten datenträger zu packen und zwar eine ssd oder auch eine drehende festplatte das ist abhängig von eurer technischen ausstattung die ihr da habt und ihr seht meine festplatte ist von 20 19 wir haben jetzt beginn 2022 eine festplatte die zwei jahre alt ist sollte noch keine größeren probleme haben aber drei jahre ist so der zeitpunkt wo man sagt na vielleicht doch mal durch eine neuere festplatte ersetzen ja also wie gesagt ich bin der meinung es macht nach wie vor sinn wir haben gesehen unter windows 11 funktioniert das nach wie vor und ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja lasst ein bisschen liebe da ihr wisst wie man das auf youtube macht in form von einem like oder einem abo sehr schön wenn nämlich damit unterstützen könntet und ja dann habe ich vielleicht auch wieder neue ideen mit eurer hilfe wo man neue videos draus machen können ansonsten bin ich ja immer live jede woche bei twitch unterwegs und wer schon bei mir reingeschaut habt der kennt das ja sowieso ja ansonsten wünsche ich euch viel spaß noch bei einem weiteren schauen von videos und wünsche euch noch einen schönen tag bin raus und sagt